Bhagavad Gita, Vers 4.42 Daher sollten die Zweifel, die aus Unwissenheit in deinem Herzen entstanden sind, mit der Waffe des Wissens vernichtet werden. Bewaffne dich mit Yoga, o Bharata, und stehe auf und kämpfe. Erklärung Das Yoga-System, das in diesem Kapitel erklärt wird, heißt Sanatana Yoga, die ewigen Aktivitäten des Lebewesens. Dieser Yoga wird in zwei Arten von Opferhandlungen eingeteilt. Einmal wird materieller Besitz geopfert und das andere Mal das Wissen vom Selbst, was eine rein spirituelle Aktivität ist. Wenn das Opfer materiellen Besitzes nicht mit spiritueller Verwirklichung verbunden ist, wird ein solches Opfer materiell. Doch wer solche Opfer mit einem spirituellen Ziel bzw. im hingebungsvollen Dienen ausführt, bringt ein vollkommenes Opfer dar. Spirituelle Aktivitäten sind ebenfalls zweifach unterteilt. Das Verstehen des Selbst oder der wesenseigenen Position und die Wahrheit über den höchsten persönlichen Gott. Wer dem Pfad der Gita, wie sie ist, folgt, kann diese beiden wichtigen Unterteilungen des spirituellen Wissens sehr leicht verstehen. Für ihn ist es nicht schwierig, vollkommen zu verstehen, dass das Selbst ein winziger Bestandteil des Herrn ist. Und dieses Verständnis nützt ihm, da er so ohne Schwierigkeiten die transzentralen Aktivitäten des Herrn verstehen kann. Am Anfang dieses Kapitels wurden die transzentralen Aktivitäten des Herrn vom höchsten Herrn selbst beschrieben. Wer die Unterweisungen der Gita nicht versteht, ist ungläubig und missbraucht die winzige Unabhängigkeit, die ihm vom Herrn gewährt wird. Wer nach all diesen Unterweisungen immer noch nicht versteht, dass Shri Krishna der ewige, glückselige, allwissende, persönliche Gott ist, ist ohne Zweifel ein Dummkopf Nummer 1. Unwissenheit kann beseitigt werden, indem man nach und nach die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins akzeptiert. Krishna-Bewusstsein wird durch verschiedene Arten von Opfern wiedererweckt. Durch Opfer zu den Halbgöttern, zum Brahman, im Zölibat, indem man ein Leben als Haushälter führt, indem man die Sinne kontrolliert, indem man mystischen Yoga praktiziert, indem man sich Busen auferlegt, indem man auf materiellen Besitz verzichtet, indem man die Veden studiert und indem man an der sozialen Einrichtung des Vahrin Ashram Dharma teilnimmt. All diese Opfer gründen auf einer regulierten Handlungsweise, doch bei all diesen Aktivitäten steht Selbstverwirklichung im Vordergrund. Wer dieses Ziel sucht, ist ein wirklicher Schüler, der Bhagavad-Gita, doch wer an der Autorität Shri Krishnas zweifelt, fällt zurück. Es wird daher geraten, die Bhagavad-Gita oder jede andere Schrift unter der Führung eines geistigen Meisters in einer dienenden Haltung und mit Hingabe zu studieren. Ein echter geistiger Meister befindet sich seit ewigen Zeiten in der Nachfolge der geistigen Meister und weicht niemals von den Unterweisungen des höchsten Herrn ab, wie sie vor Millionen von Jahren dem Sonnengott gegeben wurden, der die Lehren der Bhagavad-Gita in das irdische Königreich überlieferte. Man sollte daher dem Pfad der Bhagavad-Gita folgen, so wie er in der Gita selbst beschrieben wird und sich vor selbstsüchtigen Menschen hüten, die nur nach persönlichem Prestigestreben und andere vom rechten Pfad abbringen. Der Herr ist zweifellos die höchste Person und seine Aktivitäten sind transzendental. Wer dies versteht, ist schon zu Beginn seines Studiums der Gita eine befreite Seele. So enden die Erklärungen Bhagavad-Gita zum vierten Kapitel der Srimad Bhagavad-Gita, genannt transzendentales Wissen.